Ein herzliches Willkommen, hallo, zurück zu Shed of the Tomb Raider auf tötige Obsession mit mir von Neuer Gameplays als Robby Und zusammen sind wir bei Mission von San Juan und müssen hier noch so ein bisschen Sachen erkundschaften und einsammeln Wir haben ja schon einiges Das ist unsere Hauptaufgabe, da wollen wir jetzt erstmal noch nicht hin Achso, wir gehen jetzt erstmal nochmal zurück ins Dorf, wir sollen mit dem Manu reden Das machen wir jetzt auch nochmal schnell Da haben wir ihn Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Aber ich kann das sehen übernehmen können und die Maya-Ruinen beobachten Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Okay, müsst ihr den Eingang zu Dings finden? Ich habe gerade was gegessen, deswegen hast du das Mikrofon aus. So. Da hinten ist es wohl. Gut, wir gehen jetzt hier zu dieser Krypta. F. Mit dem habe ich schon noch nicht geredet. Materialien wahrscheinlich. So, dann schauen wir mal, wo das Monolith ist. Was mit Chica? Einfach nur das Speichers halber. Höhe. Achso. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da oben ist der Monolith. Da ist auch ein Dings. Ein Pfosten mit Dings. Seil umwickelt, damit ich da rüber gehen kann. Ui. Da sind wir schon. Ein Müll einmal. Hier ist der Monolith. Okay. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich schwimme mit einer Schildkröte. Gesehen nur von jenen, die die Furcht fallen lassen. Okay. Da an einem See. Oder in einem See. Okay. 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 Die Turotäne sind ganz schön laut. Okay. Ich wahrscheinlich auch. Aber. So. Haben wir hier irgendwas übersehen bis jetzt? Nee, ne? Gut. Hier gibt es den Jaguar-König. Oder Kaiser Jaguar. Irgendwie so. Ah ja. Da ist er. Hm. Hm. Oh, davon kann ich aber viel herstellen. Keine Jaguar mehr. Hm. 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 Das ist voll. So. Gehen wir erstmal in diese Richtung. Hm. 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 Die Melodie kennen wir. Was auch immer die immer hier macht. Ein neues Basislager. Oh. Noch eine Karte. Oha. Da gibt es ein bisschen was zu sammeln. Oh. Da oben ja auch noch mehr jetzt. Junge, 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 da bleibt uns noch einiges übrig zu machen. Der heilige Johannes war der letzte Apostel Jesu, der starb und der einzige, dessen Leben nicht durch ein Märtyrer Tod oder Selbstmord endete. Als Verfasser von fünf Büchern des Neuen Testaments ist er der Schutzpatron der Theologen und Gelehrten. Durch sein langes Leben konnte er mehrere Schüler unterrichten, die seine Lehren nach seinem Tod fortführten und eine religiöse Denkrichtung begründeten, die bis heute Bestand hat. Hm. Hm. So, dann gucken wir erstmal, wo diese nette Dame schon wieder hin ist. Da. Komm, und zieh dir meine Waren an. In jedem Moment. Na gut, schauen wir mal jetzt. Hallo. Wir haben aber nichts Neues. Schade. Haben wir irgendetwas fast voll? Ne, ne? Stoff haben wir ganz gut voll, machen wir mal so. Stoff haben wir ganz gut voll, machen wir mal so. Okay, ich glaube den Resten können wir erstmal behalten. Recht von mir so gesehen Dokument, aber wahrscheinlich nicht hier. Nein. Gut, dann können wir erstmal das hier lesen. Ein Ausdruck aus einer umfangreicheren Schrift. Es gibt schon seit langem Gerüchte über, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, Monster in der Umgebung der Mission des Heiligen Johannes. Die Einheimischen weigern sich, über diese Sichtungen zu sprechen. Sie werden missmutig, wenn man sie erwähnt, und eilen meist davon, um sich in ihren Häusern zu verstecken. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Menschen nach ihrer Konvertierung erkennen werden, dass diese Monster nichts weiter sind als Aberglaube. Schatten, die im Lichte Gottes verblassen werden. Wetten, die gibt's trotzdem? Und lässt die mich erwischen? Die werden dann hier bestimmt auf mich warten irgendwo. Okay, sonst noch etwas hier? Nee. Okay. Dann können wir... Eine Forschertasche. Doch noch was hier. Geheimnisse entdeckt. Sehr schön. Hauptsächlich hier oben. Ein Überlebensversteck. Wow. So, dann können wir hier jetzt ins Lager gehen. Speichern. Dann ist das Ganze hier nämlich auch gespeichert. Deswegen wollte ich erstmal hier zu Ende gucken. Und dann gehen wir in das Herausforderungsgraf und schauen mal, was uns da erwartet. Ich weiß ja nicht. Und ich hab vergessen auf... ...die Zeit zu drücken, die wir spielen. Drei Fähigkeitspunkte. Das heißt, wir können wieder was erhöhen. Was machen wir? Ich glaub, wir machen mal das hier, dass wir... ...äh... ...ne, machen wir nicht. So, die Konzentrationszeit erhöht. Okay. Dann, ähm... ...ja. Ziehen wir uns mal sicherzahlbar um. Wer weiß, was uns hier drin erwartet. Und zwar... ...entscheinend durch Kugeln und Pfeile. Gesunde regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Gewährt Bonus-EP für nicht lautlose Kills. Okay. Dann warten wir das mal an. Und dann gehen wir mal rein. Also der Teil wird anscheinend wohl etwas länger gehen als... ...als normal, weil ich vergessen hab, die Zeit einzustellen. Schauen wir mal, wie lang der Teil dann wird. Ich mach jetzt einfach mal eine Viertelstunde und dann sehen wir mal weiter. ...weiter was mal einsammeln? Tatsächlich. Okay, auf geht's. Oh. Ich wollt grad sagen, hier unten ist so schön still. Je nachdem, wie ich mich dreh. Wie gut. Oh. Sieht sehr einladend aus. Oh, es ist ruhig hier unten. Sowas gefällt mir überhaupt nicht in so Spielen. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Und hier haben wir schon das erste Dokument. Bärkatakomben. Ein neues Basislager? Genau, das wollte ich eigentlich haben. Der Chichenbaum und der Chakarbaum. Das sind zwei legendäre Bäume, die einander ergänzen. Während der Chichenbaum eine Substanz absondert, die bei Berührung vergiftet, kann der Saft des Chakar-Baums dieses Gift neutralisieren, bevor es zu schweren Hautschädigungen führt. Das Faszinierende an diesen Bäumen ist, dass sie immer nah beieinander wachsen. Der Legende nach gab es einst zwei Kriegerprinzenbrüder, die bis zum Tod um die Liebe einer Frau kämpften und dabei starben. Eng umschlungen flehten sie die Götter um Vergebung an und sie wurde ihnen gewährt. Kinic, der freundliche, wurde als heilender Chakar-Baum wiedergeboren, während Tisik, der Hass erfüllte, als giftiger Chichenbaum zurückkehrte. Okay. Ein Leben als Baum. Was sind das für Schatten? Okay, noch ein Lager. Interessant. Streckt da davor. In der Welt gibt es echt viele Lager. Dann wollen wir mal. Sieht auf jeden Fall nicht gemütlich aus. Und die Geräusche kennen wir ja nur zu gut. Da oben habe ich eben gerade einen langen Laufen sehen. Ah, super. Na, das wird was. Klingt nach Ärger. Ich mag Ärger. Ich bin der Jaxi, der durch die Nächte flattert. Oder durch die Hüllen. Der dir Ärger macht. Duck wie Duck. Äh. Genau, irgendwie habe ich direkt vor meiner Nasen ein Relikt. Das ist nur die Frage, wo. Eventuell da oben, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht. Was hat meine Freundin gesagt? Die haben alle COPD. Irgend so eine Lungenkrankheit. Die Raure haben. Das hört man durch das Ganze rumgehustet. Pfeile. Okay. Okay. Okay, das Relikt ist irgendwie nicht hier. Riecht wie faule Eier. Schwefel. Die Lara müsste hier echt mal Dings einmachen. Taschenlampe. Ich sehe echt kaum etwas. Uh. Oh, hier bei mir daheim ist es zu hell. Da sehe ich kaum was an manchen Stellen. Kann ich da auch wieder zurück? Ich muss doch genau gucken, dass ich auch nichts übersehe oder sowas. Nur genau gucken ist schwierig, wenn ich viel sehen kann. Okay, ich nehme an, hier ist nichts. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay, in die Richtung geht's. Gibt's hier kein Überlebensverstecken? Nee. Okay, also nur drei Relikte, ein Wandgemälde und ein Dokument. Trotzdem wollen wir ja auf Nummer sicher gehen. Wer weiß, vielleicht fehlt mir ja noch eine Forschertasche, die mir zeigt, dass es hier auch Überlebensverstecke gibt. Da unten leuchtet zum Beispiel, siehst du? Wurde mir jetzt noch nicht angezeigt. Okay. Warte, haben wir hier drin. Sachen, die wir bestimmt gebrauchen können. Schwarzpulver und sowas. Ja gut, okay. Doch, warum nicht? Da unten ist einer. Die Axile sind auch hier? Die Dämonen. Auf geht's. Okay, ich glaube, hier geht's wieder zurück. Wir müssen ja tiefer und weiter rein. Okay, hoch geht's nicht. Okay, Rückweg. Rückweg ist somit gesichert. Na, warum hängt das hier so? Oh, ordentlich ziehen kann ich grad nicht. So ziehen kenne ich nicht. Ah, jetzt. Lagert sie wohl auch im Spiel. Das sieht sehr einladend aus hier. Cool. Okay. Erste Hilfe. Ja, hier die Eimer, die kennen wir schon. Also hier gibt's auf jeden Fall Gegner. Hier unten gibt's auch ein Dokument. Hier haben wir das Dokument. Eine Huldigung des Weltenbaums. Den Legenden der Maya zufolge wurzelt der Baum des Lebens, auch bekannt als Jaschte, in der Unterwelt und wächst dann durch unsere Welt, bevor sich seine Äste schließlich bis ins Paradies erstrecken. Irgendwo in ihm versteckt sitzt Itztamye, ein Vogelgott, der angeblich sämtliche Geheimnisse der drei Existenzebenen kennt, durch die der Weltenbaum wächst. Bei den Nordmännern gab's auch einen Weltenbaum. Ikdrasil. Klang jetzt irgendwie fast sogar nach dem Gott, der in diesem Baum wohnen soll. Okay, hier hinten scheint wohl an sich nichts mehr zu sein. Wooh! Waren auch gar keine lautlosen Kills, oder? Komisch. Okay, hier gibt's Gegner. Dieses Rumgehust, ey. Okay, wir sind bei der Aufnahmezeit eingekommen, 15 Minuten so gesehen. Ich weiß, wie gesagt, nicht wie lange ich jetzt vorher ohne die Uhrzeit oder Uhr, wie gesagt, aufgenommen habe. Von daher höre ich jetzt mal auf. Falls es weniger als 20 Minuten sind, tut's mir leid. Es hat eine Folge mal etwas kürzer, aber es kann natürlich auch mehr sein. Dann könnt ihr euch freuen, könnt ihr länger gucken. Auf jeden Fall. Das war Shatter of the Tomb Raider auf Tötig Obsession bei irgend so einem Weltenbaum. Eine Herausforderung des Grab. Ich glaube eher, das ist der Chub-Chub-Baum oder wie auch immer, weil der so dunkel gehalten wird. Eher so der Todesbaum. Ähm, ja. Ich bin Freunde mehr. Gameplay ist als Hobby. Und wenn's euch bis hierher gefallen hat, und Abo, wenn ihr neu bei mir seid. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Teil wieder. Auf jeden Fall, bis demnächst und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.